Moin Leute, weiter geht's mit Control. Wir gucken mal wie wir die Transformatoren reparieren können. Schaffe ich das darüber zu springen? Aber gerade so. Beep, beep, beep. Boah. Nur noch ein wenig durchhalten. Nur noch ein wenig durchhalten. Durchgeschmort. Reparieren es, bevor sich der Kümmerkerre der Quelle in dir hochreißt. Zurück zu der Kümmerkühe. Das ist ein wenig. Wie geht's noch? Wie geht's noch? So, wer von euch hat Durst? Da, hier, Wasser. Da, hier, Wasser. Was war das? Oh, oh, oh. Irgendwo var her, der gerade mehr granate. Oder Raketen. Oh, oh, oh. 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 Okay. Schuldenschein von 60 Dollar. Ich hatte das letzte Mal Bier mitgebracht. Das nächste Mal heißt Hepstone Tadel dran. Ramos. Okay. Okay. Ah, mir ist klar, dass hier wieder was passiert. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's. Die anderen Sektoren sollten jetzt offen sein. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich Emily sage, warum ich hier bin. Ah, wir sollen zu einmal die Diva in der Geschäftsleitung in dem Sitzungsraum. Jessie, du hast es geschafft. Du hast die interne Quarantäne aufgehoben. Wir müssen reden, Emily. Ja, natürlich. Hör mal, Emily. Scheiß drauf, sag's ja einfach. Ich war nicht ganz ehrlich. Ich habe einen jüngeren Bruder, Dylan. Als Kinder fanden wir einen alten Dia-Projektor auf Ordinary's Müllhalde. Die Dias erzeugten Portale zu anderen Orten. Schlimme Dinge geschahen. Kamen durch. Das muss reichen. Den Rest behalte ich für mich. Aber wir fanden Hilfe. Durch eines der Portale stießen die auf etwas. Ein Wesen. Ein Wesen? Was für ein Wesen? Schwer zu beschreiben. Aber es... Sie half uns. Wir konnten den Projekte ausschalten. Die schlimmen Dinge, die durch die Portale kamen, verschwanden. Danach kam die Behörde. Wollte uns schnappen. Ich lief davon. Dylan wurde erwischt. Ich ließ ihn zurück. Die Behörde nahm deinen Bruder mit? Ja. Sie haben es vertuscht. Niemand glaubte mir. Ich will nur Dylan finden. Seit diesem Tag suche ich ihn. Was ist mit dem Diaprojektor passiert? Er klingt wie ein weiteres Objekt der Macht. Ich dachte, ihr hättet ihn. Die Behörde. Genau wie Dylan. Ich habe nie davon gehört. Aber hier ist alles streng geheim. Ich sah mir die Akten zum Ordinary AWE an, das du erwähnt hast. Trench und Darling waren beide beteiligt. Ein großer Bereich des Isolationssektors wurde dafür reserviert. Der Fall ist schon seit langer Zeit nicht mehr aktiv. Ich weiß nicht, ob da noch etwas ist. Kannst du mir mehr über dieses Wesen sagen, das ihr gefunden habt? Hoffen wir, dass ihr beide euch versteht. Sie begleitet mich seit Ordinary. In meinem Kopf. Sie führte mich her. Ich nenne sie Polaris. Wie dein eigener Polarstern? Wusste Polaris vom Zischen? Wenn sie trotz der Quarantäne hier hereinkam, muss sie sehr mächtig sein. Was eine Erklärung für deine Testergebnisse sein könnte. Deine Werte sind unglaublich, Jessie. Und beim Gegenchecken mit der Datenbank fand ich zwei Treffer in Darlings alten Geheimakten. Leider kann ich nicht darauf zugreifen. Ich sehe nur die Codes. Einer war P6. Das bezieht sich auf einen Kandidaten als möglichen künftigen Direktor. Das wurde vor Jahren aufgezeichnet. Dylan, ist das Dylan? Der zweite Treffer betrifft einen sogenannten Hetron, das mit diesen Hetron-Resonanzverstärkern zu tun haben muss. Ich weiß nur, dass Marshall nach dem ersten Angriff der Zischer in den Forschungssektor ging, um die HAV-Produktion zu sichern. Also, Marshall dürfte unsere beste Spur zu Dylan sein. Ich muss ihr folgen. Wie komme ich in den Forschungssektor? Mit meiner Schlüsselkarte. Der Sektorenlift bringt dich hin. Marshall ist der nächste Schritt. Was Emily über Odenary sagte. Die Verbindung meiner Kräfte mit der Historie der Behörde. Ich bin so nah an etwas dran. Spürst du es? Es liegt was in der Luft. Wir kommen abwechselnd zu Besuch. Ich half dir und du schuldest mir jetzt. Wenn die Zeit kommt, komm auch ich. Alles klar, das wird immer mehr creepy hier. Gut, wir werden aber Marshall mal in der nächsten Folge suchen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.